Die Vielfältigkeit. Also es ist kein Tag wie ein anderer, es ist nicht langweilig, kein langweiliger Bürojob. Man muss Schulungen machen, man bildet sich weiter. Jeder Tag, jeder Dienst ist anders. Es ist nie langweilig und es ist nie fad. Beruflich gesehen wird bei der ÖBB sehr viel getan für die Mitarbeiter. Das heißt, das wird auf die Gesundheit geachtet. Es gibt diverse, also unser Chef zum Beispiel, der schaut, dass wir uns gesund ernähren, haben diverse Schulungen dafür auch, also sportliche und auch ernährungstechnische Dinge. Also es wird da schon sehr darauf geachtet, dass sich die Mitarbeiter auch wofür in diesen Unternehmen. Also sicherlich mehr als in jedem Privaten, würde ich sagen. Ja, eigentlich das jetzt, würde ich sagen. Also ja, es ist so. Jetzt mache ich das über zwei Jahrzehnte schon. Also mittlerweile ist das 24. Jahr, da habe ich begonnen. Und das jetzt an die Öffentlichkeit zu bringen und auch jetzt die ganzen Jahre der Berufserfahrung jemand anderen vermitteln zu können. Also das baut mich auf, muss ich sagen. Und gefällt mir auch. Also weil man das einfach an Nächste, die vielleicht zur ÖBB kommen wollen, weitergeben kann. Ich be Schenk. Ich bin der Wachst. Ich bin der Wachst. Ich bin der Wachst.